Steven Strange Darf ich Ihnen einen Ratschlag geben? Vergessen Sie alles, was Sie zu wissen glaubten? Sie sind ein Mann, der die Welt wie durch ein Schlüsseloch sieht. Sie haben immer versucht, das zu vergrößern. Ihre Arbeit rettete tausende Leben. Aber was, wenn ich Ihnen sage, dass diese Realität nur eine von vielen ist? Ich glaube nicht an Märchen über Schakren oder Energien oder die Kraft des Glaubens. Wissen Sie, was ich in Ihrer Zukunft sehe? Möglichkeiten. Warum tun Sie das? Es gibt andere Wege, um Leben zu retten. Es gibt so viel, dass Sie nicht wissen. Zeigen Sie es mir. Zeigen Sie es mir. Sie sind ein箇 Pech. Untertitelung des ZDF, 2020